Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Blazing Beaks. Heute werden wir nicht versuchen bis zum Verlies zu kommen, ohne der Krähe irgendwas zu geben. Wir werden heute auch als Dizzy spielen, weil ich einfach mal wieder Bock drauf hab. Ich schnitzel, ich hab mich da Arbeit und Zeit reingesteckt in diesen Charakter. Also will ich ihn auch spielen. Ganz klar. Äh, oh Gott, laggt das oder ist mein PC einfach scheiße? Huch, oh mein Gott. Fühlt sich grad ein bisschen so an, als wenn es laggen würde. Einige haben gefragt, in alten Videos, wo ich mit Dizzy auch gespielt habe, äh, ob man den spielen kann. Ich hatte vor, ihn in den Workshop zu packen, also von Steam. Die Leute, die jetzt auf der Switch spielen, sorry, ich glaub da gibt's keinen Workshop, also ihr könnt den wahrscheinlich niemals spielen. Aber auf der, im Steam Workshop wollte ich ihn tatsächlich mal reinpacken. Allerdings funktioniert das bei mir nicht mit diesem Mod-Maker, oder wie das Ding heißt. Ich werd's, ich werd's nach dieser Folge nochmal probieren, aber, ja, wahrscheinlich wird das nix. Genau, so, was haben wir denn heute eigentlich vor? Wir haben vor, erstmal nicht zu sterben. Ich find grad doof, dass man bei Dizzy überhaupt gar nichts sieht, wegen diesen ganzen Piranhas. Das wird bestimmt noch doof werden. Und ja, ich hab mir andere Ziele diesmal gesetzt, wo man auch Sachen freischaltet oder halt Errungenschaften oder sowas. Aber ich glaub, die Errungenschaften sind auch immer mit neuen Waffen oder Fähigkeiten verknüpft. Äh, ganz viel mit Waffen, dass man einfach im Shop sich mehrere Waffen kauft. Zum Beispiel zwei Random-Waffen. Und zum Beispiel, dass ich alle drei Waffen einmal kaufe, mit einem Shop-Besuch. Das ist, glaub ich, auch noch möglich. Braucht man halt relativ viel Geld für. Ähm, dann noch, dass ich einen Raum schaffe, ohne zu schießen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Da bräuchte man ja dann eigentlich irgendeine Fähigkeit. Oder lag noch ein Kohleding. Hätte ich mitnehmen können. Äh, aber da bräuchte man dann irgendeine Fähigkeit, die Gegner töten kann. Und der Rest der Gegner müsste sich dann irgendwie selber töten oder so. Keine Ahnung. Und, äh, die letzte Sache war, glaub ich, dass ich im Friedhof kein Schaden bekommen darf. Ich glaube, der Friedhof ist die zweite Ebene, nach Newt. Ist also schon möglich. Allerdings sind da diese bösen Geister und alles. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall sind das so die fünf Ziele, die ich mir rausgeschrieben habe. Ich glaube, nee, warte, das fünfte habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ich möchte Krux töten, ganz am Ende. Das ist diese Krähe, die beim letzten Boss ist. Kann ja nicht so schwer sein, bis zum letzten Boss zu kommen, oder? Nee, nee. Kriegen wir schon alles hin. So, zeig mal, was du hast. Ein Helm. Und da ich meine Waffe absolut nicht mag. Doppelpistole ist geil. Aber ich kaufe erstmal die zufällige Waffe, weil davon brauchen wir sowieso zwei. Ich könnte sogar alle Waffen kaufen. Ja, komm, Leute. Wir kaufen alle Waffen. Ja, Shopping Spree. Damit kann ich eine Sache von meiner Liste streichen. Damit habe ich nämlich geschärft, dass ich alle drei Waffen innerhalb eines Shopbesuchs kaufen muss. Geil. Und was wir jetzt noch machen können, dann als nächstes noch eine zufällige Waffe kaufen. Und dann sind wir auch gut dabei. Geil, ey. Und diese Doppelpistole mag ich eigentlich. Ich hätte richtig gern ausprobiert, was diese komische lille Waffe da kann, die wir da eben gekauft hatten. Ich glaube nämlich, das war eine meiner Lieblingswaffen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe sie nicht erkannt. Gut, damit sind wir beim ersten Boss. Der Nude, der Kröte. Und der Jay hat mir auch nochmal bestätigt. Der heißt tatsächlich im Englischen einfach Nude. Und deswegen hatte ich das im Kopf, weil ich habe das Spiel ja vor auf Englisch gespielt. Ach du Scheiße, die Doppelpistole ist ja mega stark. Ey, weil die deutsche Übersetzung so mega kacke war. Hat sich inzwischen alles geändert. Und Nude wird auch anders gemacht und so. Aber ja, daher hatte ich den Namen im Kopf. Der Gadget, der mir das nochmal erzählt hat. Und ich glaube, jetzt sind wir im Friedhof. Genau. In dieser ganzen Ebene dürfen wir keinen einzigen Damage bekommen. Und dann würde ich noch eine Errungsschaft freischalten. Das wäre schon ganz schön schnieke, muss ich sagen. Ich bin aber jetzt schon zufrieden, dass ich nicht mehr meine Piranha-Waffe habe. Weil die hat wirklich sehr meine Sicht eingemindert. Keine Ahnung, wenn da so viel komisches Zeug auf dem Bildschirm rumfliegt, da komme ich gar nicht mehr klar. Und das, obwohl ich früher solche Tofu-Spiele gespielt habe. Also wer Tofu-Spiele nicht kennt, das sind so Weltraum-Shooter. Wo so ganz viele... Oh Gott. Oder so ein Twin-Stick-Shooter? Nee, Twin-Stick ist wieder die falsche Zeichnung. Aber so ein Shooter, wo ganz viel komisches Zeug auf dich raufballert. Und man kann eigentlich gar nicht ausweichen. Und schießt aber alles kaputt. Sowas. Aber trotzdem irgendwie... Ich werde alt und kann nicht mehr so viel Stuff auf dem Bildschirm sehen. Ja. Was war sonst los, Leute? Die letzten vier Tage kam einfach gar kein Video mehr. Also weder Blazing Beaks noch irgendwas anderes. Uh, der hat einfach uns auch mehr Schaden. Und ja, woran lag das, dass ich keine Videos gerade gemacht habe? Eh, also gestern wäre eigentlich mein Green-Day-Konzert gewesen. Und da das jetzt wegen Corona leider verschoben wird auf unbestimmte Zeit, musste ich erstmal für vier Tage weinen. Und deswegen konnte ich keine Videos aufnehmen. Ich musste das erstmal ein bisschen verkraften. Nein, Quatsch. Also es ist auch sad, ja. Äh, nein. Ich habe mich mehr auf die Schule konzentriert. Da musste ich nämlich einiges nacharbeiten. Ich habe in den letzten zwei Wochen fünf Bücher mit Politik durchgearbeitet. Und das in zwei Wochen ist krass. Also eigentlich mache ich immer pro Woche ein Heft. Wenn es... Ja, ja doch. Eine Heft pro Woche. Das ist, glaube ich, ganz cool. Aber deswegen konnte ich dann natürlich kein YouTube machen. Hätte wahrscheinlich sowieso nicht gut drauf sein können. Ich überlege gerade, weil wir ja jetzt im Friedhof sind und noch keine Leben verloren haben. Wenn ich jetzt zum Boss gehe, dann steht die Chance sehr gut, dass ich da keinen Schaden bekomme. Aber wenn ich jetzt weiter in der Ebene noch rumlaufe, dann kriege ich mehr Artefakte. Was sagen mir die Haare von Dizzy? Die Haare von Dizzy sagen, geh hier rein. Okay. Okay, Haare von Dizzy haben gesprochen. Jetzt muss ich mich allerdings sputen, dass ich hier keine Leben verliere. Wahrscheinlich werde ich sowieso beim Boss Leben verlieren, weil es ein blöder Arschloch-Boss ist. Ich hasse den zweiten Boss. Das ist der schlimmste Boss von allen. Na, vielleicht zusammen mit dem vierten oder fünften Boss. Der ist auch noch sehr, sehr schlimm. Alright, also wir kriegen auf jeden Fall nochmal einen Shop. Leider nicht mit einer zufälligen Waffe. Das ist ein bisschen sad. Aber wir können unsere Artefakte abgeben und kriegen hoffentlich ein paar mehr Leben. Eine Münze für jedes aufgesammelt Artefakt. Ja. Eine Münze, wenn du Schaden erinnerst. Nochmal. Haben wir das jetzt zweimal? Ja, das geht. Okay. I didn't knew that. Frostbiss, Kompressorkugeln, Eiskanone. Alles nicht so geil. Ich finde meine Doppelkanone ganz schnieke. Hallo Böchchen. Mit nur zwei Leben vielleicht sind wir sogar so cool und können denen auch so viel Damage machen. Alter, die Doppelpistole ist mega cool. Ich mag die richtig gern. Wie seht ihr das, Leute? Wie findet ihr die Doppelpistole? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja. Töten, töten, töten. Nein, das reicht nicht. Okay. Letzte. Come on. Na. Oh Gott. Bitte, bitte halten sie an. Bitte halten sie an, sodass ich sie töten kann. Das hat sich sogar fast gerein. Oh mein Gott. Ich habe es tatsächlich geschafft, im ganzen Friedhof keinen Schaden zu bekommen. Muss ich die Ebene jetzt noch verlassen? Oh, wahrscheinlich. Okay. Jetzt nichts Falsches machen. Nichts aufsammeln, was mir irgendwie Schaden macht. In den Leveln gibt es keine Büsche zu verstecken. Ich glaube, in Zukunft gibt es sowieso keine Büsche mehr. Gegner, die der Schaden zu fügen, werden weggeschleudert. Okay. Und ein Schild. Nee, Schild ist nicht so geil. Wir gehen den gelben Weg. Mit dem gelben Weg fühle ich mich nämlich sicherer. Kriege ich meine Errungenschaft? Hallo? Hä? Ich kriege meine Errungenschaft nicht. Ich habe im Friedhof keinen Schaden bekommen. Okay. Die Errungenschaft scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Ich schwöre, ich habe im Friedhof keinen Schaden bekommen. Und trotzdem habe ich hier nichts bekommen. Sogar beim Boss habe ich keinen Schaden bekommen. Das ist ja super uncool jetzt. Jetzt bin ich sehr frustriert. Genauso frustriert. Dass mein Green Day da abgesagt wurde. Habt ihr auch Events, die abgesagt wurden, Leute? Habt ihr auch sowas? Oh fuck, eine zufällige Waffe für zwölf? Aber ich mag meine Waffe so gerne. Aber. Nee. Noch ein goldenes Herz. Okay. Das ist ein Zeichen. Oh, der schwere violette Laser. Das ist meine Lieblingswaffe von allen. Oh nein, was mache ich heute? Was mache ich heute? Ich komme erst mal an die zufällige Waffe. Was ist das denn? Das ist irgendwie so. Und ich habe schon wieder nichts bekommen. Ich habe zwei zwölf Waffen bekommen, aber keine Errungenschaft. Alles kaputt hier. Und das liegt nicht daran, dass ich einen Mod-Charakter spiele, weil ich habe ja auch die andere Errungenschaft bekommen. Super weird. Egal. Kaufe ich noch den schweren Video? Naja, kaufen kann man nicht sagen. Ich glaube. Ich glaube, der nette Adler mag uns jetzt nicht mehr. Aber da das meine Lieblingswaffe ist, habe ich sowieso nicht mehr vor, meine Waffe zu ändern. Guckt euch diesen Laser an. Der macht ultra viel Schaden. Und ist recht okay schnell. Ich mag den sehr gerne. Diese violetten Laser, das ist halt wirklich meine absolute Lieblingswaffe. Ist doch, glaube ich, die einzige Waffe, mit der ich das Spiel schon mal durchgespielt habe. Ich habe so das Gefühl, gerade heute, dass wir relativ weit kommen könnten. Wenn wir noch ein paar mehr Leben bekommen. Sonst ist dieses Spiel nämlich sehr unvergivening. Wenn man das so sagen kann, wenn man denn Englisch sprechen könnte. Was Leben angeht oder Fehler. Weil es kann gerne mal sein, dass dann ein Dude einfach mal drei Leben abzieht und dann bist du halt mit einem Hip tot. Ich glaube sogar, diese roten Viecher hier können auch schon drei Leben abziehen, wenn sie einen mit ihren komischen Raketen treffen. Was gar keine Raketen sind, sondern diese, ich ziehe Stift raus und dann macht das Pum-Pum-Dinger. Granate. Oh mein Gott. Ich muss dringend mal deutsche Vokabeln lernen. Und ich glaube, es war ein Blazing Beaks Teil, wo ich meine Radiesian angesprochen hatte, oder? Ich glaube schon. Da hat der Jay auch was geschrieben gehabt, warum man die nicht unendlich auch benutzen kann mit den neuen Saaten. Weil die anscheinend so gezüchtet sind. Also die Saaten, die man kaufen kann, sind so gezüchtet, dass da wenig Giftstoffe oder so drin sind. Auf jeden Fall ungenießliche Sachen. Und je weiter man diese Saat benutzt, umso mehr kommen die alten Gene wieder durch, sodass sie dann wieder ungenießbar werden. Und deswegen kann man die nicht unendlich auch verwenden und muss dann irgendwann nachkaufen. So habe ich das jetzt verstanden. Ich glaube, das hat der Jay so geschrieben. Cool, oder? Sehr interessant. Und natürlich gibt es da ein Update. Das ist ja jetzt ein paar Wochen her, seit ich die eingepflanzt habe. Ich habe neun Saaten eingepflanzt, Leute. Und davon gekeimt haben vier. Vier von neun. Und die eine hat irgendwie einen Doppel-Auswuchs gemacht. Keine Ahnung warum. Ist einfach, ja, ist einfach mutiert. Und hat jetzt quasi vier oder zwei Auswüchse und vier Blätter da dran. Und ich glaube, das gehört nicht so. Und ja leider nicht mal die Hälfte rausgekommen. Bin ich ein bisschen zähd. Bin ich jetzt ein schlechter Gärtner? Man weiß es nicht. Beziehungsweise, neben meinen Radieschen ist noch eine andere Pflanze von meiner Mutti. Eine Physalis oder sowas. Und die ist riesig groß. Und ich habe so die Befürchtung, weil genau neben dieser Pflanze wächst einfach kein einziges Radieschen. Da war so eine ganze Reihe voll mit vier Radieschen drin. Oh, da fällt mir ein. Ich habe zwölf Radieschen gepflanzt, nicht nur neun. Lol, von zwölf sind nur vier rausgekommen. Das ist aber eine sehr schlechte Ausbeute, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist das so eine Physalis. Und neben dieser Physalis ist einfach absolut gar nichts gewachsen. Und ich vermute, diese Physalis nimmt einfach die ganzen Nährstoffe von dem Radieschen weg. Mega doof. Kompressor. Wenn ich die jetzt aufsammle, ist meine andere Waffe weg, ne? Deswegen lasse ich das mal lieber. Aber hier, also die wachsen und gedeihen. Und ich kann zumindest irgendwas irgendwann mal ernten. Dauert, glaube ich, auch nicht mehr so lange. Ich glaube, jetzt noch ein, zwei Wochen. Dann sollten die fertig sein. Bin ich sehr gespannt, wie ich da die neue Saat rausbekomme. Aber da habe ich nämlich jetzt noch so gar keinen Plan. Ob die jetzt in den Radieschen selber drin sind. Oder ob die an den, an den Blättern sind. Was ich... Nein! Du dummer Pinky! Ich habe es euch gesagt, Leute. Man braucht Leben für dieses Spiel. Man braucht einfach Leben. Na gut. Dann sind wir hier wieder tot. Ich brauche von Anfang an Leben. Ich brauche einen Charakter, der von Anfang an mehr Leben hat, damit es hier gut wird. Dabei hatten wir schon drei goldene Herzchen. Das müsste doch lang. Jetzt ohne Witz. Mist. Das hat sich eigentlich voll gut angefühlt. Und theoretisch haben wir drei Errungenschaften freigeschalten, wovon ich irgendwie nur eine bekommen habe. Aber ist auch ein Erfolg. Deswegen belassen wir es dabei für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Ich wollte eigentlich noch einiges erzählen, weil es mit Radieschen, aber dann erzähle ich das ja beim nächsten Mal, ne? Ja, ja. Dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. игр da mit Eleide? Was bis zum nächsten Mal. Ja? 맛있 Tai? Ja? Ja?